Ich bin Robert Lewandowski und das ist mein Team. Kingsley Command, Serge Gnabry und Jamal Musialo. Ich bin Manuel Neuer und das ist mein Team. Davies, Lukas Hernandez, Joshua Kimmich. Drei Minuten sind gar kein Problem. Mit dieser oder dieser? Nein, mit dieser. Du hast ihn schon reingemacht. Wie? Du darfst ihn. Du darfst ihn einfach reingemacht. Serge, wir machen – 1, du ein. Nein, bis zu 1. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Das ist dein. Der 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 das mit den Kursen der Messe mit den Kursen teilen ist, der 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 Das heißt, du musst mit den mindesten Kursen teilen. Okay? Ja! 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 Du bist bei uns, Alter! Ja, genau! Ja! Ja! Schleckt aber immer mit dem Stil, Leute. Vier! Ich hab drei gezählt. Fünf, sechs, sieben, sechs, 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 sieben, acht, neun. Oh, jetzt ist gut. Zehn. Schleif! Aua! Dreizehn. Ja! Ja, das war überragend, Mann! Noriso, Noriso! Das ist wie Coco, Alter! Hat er den schon mal gemacht? Er hat vierzehn gemacht. Nee, das war das letzte Mal. Ich hab den ersten schon gesehen, der von Serge. Hey, 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 hey! Ruhe, ey, ruhe, ey, ruhe, Männer! Ruhe, ey, ruhe, ey, ruhe, Männer! Das spielt keine Rolle, ey! Einfach bis zwei, ne? Das spielt keine Rolle, Männer! Am wenigsten. So viel wie möglich. Drei. Zwei. Oh gut. Drei. Vier. Stark, Serge, Mann! Warum sagt ihr stark, Alter? Sieben. Stark. Neun. Schlag. Zehn. Du kannst aufgeben. Jetzt hast du noch Ehre. Dreizehn. Jetzt musst du auf Prügeln gehen. Jetzt bin ich da. Perfekt, geh auf Unentschieden. Oh Gott. Zwölf. Ja, zwölf, zehn. Nein, zehn, elf. Das zählt nicht. Zehn. Acht. Neun. Neun. Eins. Eins. Zwei. Drei. Dreh um jetzt. Vier. Dreh um, Mann. Dreh um den Letzten. Dreh um. Ja. Easy. 19. Was kann man da nicht reinhauen? 14. 14. 16. 16. 15. 29. 20. Das stimmt nicht, Serge. Ich lasse dir nichts einreden. Das stimmt nicht. Ich bin Linkshänder. Es ist ein Wetter. Jetzt ist ein Wetter. Wir wissen es nicht? Ja. Ist das echter Schaum? Ja. Ist das echter Schaum? Du hast ein gutes Talent. Danke dafür. Oh ja. Lass es laufen! Lass es laufen! Ich drüben. Wir brauchen genau zwei Fläschle, Manuel. Ein bisschen Schaum hätte ich gern noch für die Optik gleich. Mach noch ein bisschen, einen Schluck. Okay, treten wir an. Komm. Nein, das ist mehr. Ein bisschen. Nein, nein, nein. Das ist gut. Ja, okay. Wohin? Ich will ihn ärgern, bitte. Das wird so wichtig, Alter. Also, einen Giovane muss ich kassieren, auf jeden Fall. Eine Minute. Ich bin nicht lieb. Drei, zwei, eins, und los. King zu der Seite. Ja? Ich weiß nicht. Riesg. Was ist besser? Ich kann auch tauschen dann, oder? Irgendwann. Ja, auf Kopf kannst du auch stehen, ne? Nein, das geht nicht. Ich muss einen gestreckten Arm haben. Hauptsache der Arm bleibt da. Und Casey? Zeig. Kann man sowas machen, oder? Komm, Jo. Wie gehen wir das denn? King gerade, glaube ich. Absolut. Halbe Minute haben wir schon. Ich muss gewinnen. Ich will unbedingt gewinnen. Beklang nicht. Wie viel haben wir? Zwei Minuten, oder? 25 Sekunden. 25 Sekunden. Drei Minuten sind gar kein Problem, oder? Ja. Ich merke schon ein bisschen, muss ich sagen. King, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Wir müssen einen Tag gewinnen. Ja, wir müssen drei Minuten schaffen, King. Ja. Reise geht's. 1,15. Strahlt dir das in voller Länge aus an. Hast du eine Pedalität gewonnen? Ja, du wirst den Training für das, Mann. Wir haben eine Pedalität gewonnen. Wir haben eine Pedalität gewonnen. Tja, tja. A fond. Warum ist Casey leaning like that? Ich weiß nicht. Ja, ist schon. Ich gehe ein bisschen in die Schräglage. Du bist stark. Positiv. 1,45. Boah, drei Minuten ist unmöglich. Du bist so viel stärker, das weißt du. Gut. Zweite Seite. Komm, Kieslein. Komm, Kieslein. Komm, Männer. Ihr seid stark. Zwei Minuten. King, du darfst dich aufgeben, Mann. King, du darfst dich aufgeben. Jetzt. Einfach. Okay. Hey. Gut. Komm, Jo. Du bist gut in der Zeit. Hol dir noch einen Rekord. Wie, 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 wie? Ja, hol dir noch einen Rekord. 20. Warte, den Reverie hast du gleich. Noch eine Minute. Ich will den Giovane haben. Er ist nicht dabei. Doch, doch. Den hast du schon. 2,30. Levy hast du auch geputzt. Wann habe ich das gemacht? Jetzt hast du Giovane. Ich weiß nicht. Als du Schulter hattest. Komm, Jo, komm Jo. Komm. Halbe Minute, Mann. Komm jetzt. 2,2. Oh, Alter. Super, Jungs. Robben, Martinez. Matthäus. King. King. Bambi, vamos. Zeig dir jetzt mal, was hier geht, Mann. Wie? Von hier. Genau. Und dann fangen wir. Das ist Kaka. Ja, das ist zu wenig, Mann. Manu, gib mir zwei, bitte. Ja, okay. 19. Da geht's. 19. Das ist eine Rückennummer, Alter. Das bringt Glück. 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 Es ist kein Karate, ey. Nein, es ist kein Karate. Hey, hey. Komm mal. Wow. Ja, 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 ja. Er hat das Spiel nicht verstanden. 11. 11. 11. Es ist nicht 11. Du musst alles nehmen. Wenn du mit 5 machen musst, musst du mit 5. Wenn du mit 10 machen musst, musst du mit 10. Wenn du mit 10 machen musst, musst du mit 8. 0. 3. Lukas. Das zählt jetzt. Jetzt lassen wir Lenny machen. Wir müssen auch taktisch vorgehen. Kann ich auch, wie ich Fonsi jetzt machen? Ja, genau. Dann gib mir alle. Ja? Dann habe ich mir eine Chance wahrscheinlich. Ja. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja, so. Schreiben wir. Keinen? Nein. Ja. Haben wir gewonnen? Na, drei Mal. Ja, drei Mal. Drei Runde. 1-0. Okay. Meine Hände sind nicht da groß. Wie viele? Klasse. Klasse. Ich habe keine Basketball-Hands. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Komm. Ah! Ich mache das. Das ist das? Ja. Ich mache das. Ja. Ich mache das. Wie viel? Oh. Ich weiß nicht. Sechs. Hoch oder direkt? Direkt. Direkt? Papp, papp. Okay. Null. Direkt war ich keine gute. Boah! Fussball-Gold! Uff! Okay. Schon viel. Wie viel? Wie viel Probe? Gar keine Probe, aber jeder hat halt versucht. Geht mal ein bisschen weg mit dem Jamal. Bambi! 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 Zeig mal dein Bauch mehr! Bambi! 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 Besser, Bambi! Von den Arsch! Komm! Oh! Ist okay, ist okay! Okay, warte. Nein, nein. Mehr in die Mitte. Wow! Bambi! Das hast du! Bambi, da kommt ein Zeig aus, was du geschnitzt bist. Ja. Aber Mikro auch. Das ist gerade wunderschön, was du gerade machst. Bambi! 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 Zeig deinen Oberkörper! Mach die T-Shirt, mach diese Hemden weg. Mach die Hemden weg. Mach die Hemden auf! Steck dir das! Achtung, Kopf! Achtung, Kopf! Nein, Alter! Unentschieden stechen! Ja, unentschieden stechen! Gib deine Jacke sofort. Ich sag dir nie wieder, du sollst in Kraft trauen. Warte, warte, warte. Ruhe, ruhe, ruhe! Ich bin ein kuts Ankel. Kuts Ankel! Kuts Ankel! Was war das denn? Das war gar keine Überzeugung! Das war kein Körper dazu! Das war kein Körper dazu. Es ist gut, aber du hast es sehr gut gemacht. Aber Manu hat gewonnen. Super, danke. Genau, gut. Danke. Super. Super. Danke. Vielen Dank. Das Gewinnerteam bekommt natürlich noch einen Pokal. Ja! Der kriegt einen Sonderplatz in der Kabine. Campione, Campione. Ole, ole, ole. Campione, Campione. Super. Vielen Dank. Danke. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR